Ist das nicht merkwürdig? In Mocktown wart ihr noch Feinde. Seit wann seid ihr plötzlich befreundet? Wach endlich auf! Der Piratentraum ist vorbei! Lass Bilemmi in Ruhe! Was vergangen ist, ist vergangen! Diese Entscheidung obliegt dem Sieger. Er kam zu mir mit einem Todeswunsch. So laufen die Dinge bei mir, Bilemmi. Keine Bange. Du wusstest, was passiert, wenn du mich enttäuschst. Aber du kannst einen Menschen nicht ändern. Nicht, wenn er so geboren wird. Und du, Bilemmi, du wurdest schon als Abschaum geboren. Du verdammter... Und Gum-Gum... Stempel! Tut mir leid, Bilemmi. Du hattest mir etwas versprochen, Strohhut. Du wirst gegen ihn verlieren in dem Moment, wo du dich deiner Wut und Ärger hingibst. Schluck es runter. Provozieren und anstacheln ist seine Stärke. Den Kopf zu verlieren würde bedeuten, dass du auch dein Leben verlieren wirst. Dann wird dir dasselbe widerfahren, was mir passiert ist. Don Flamingo ist ein listiger und grausamer Mann. Er wird dir in den Rücken fallen, wann immer er die Chance dafür findet. Beko, 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 Beko. All das lässt meine Nase laufen. Er hat seinen Freund ins Gesicht gekickt. Und nun ist er am Sterben. Beko, 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 Beko. Du hast ihn gekickt, Stimpf, Stimpf, Idiot. Was hast du gesagt? Hör nicht auf ihn. Grausam, hm? Sagt genau der Richtige. Ich werde richtig wütend, wenn ich darüber nachdenke, was ihr getan habt. Ihr habt das SAD auf Punk Hazard zerstört. Habt Vergo und Monette ausgeschaltet und Caesar entführt. Ihr habt die Spielzeuge auf Dressrosa befreit. Das Land, welches mir gehört. Und nun wollt ihr an die Smile Fabrik ran. Ich habe genug. Ich bin so zornig, dass ich einfach darüber lachen werde. Um das alles noch zu toppen, seid ihr gekommen, um euch meinen Kopf zu holen. Ich bin gerade so angepisst von euch beiden. Black Knight, wieder ein Doppelgänger. Ich nehme mir den Echten vor. Hey, was tust du da? Strohhut. Er wird kontrolliert. Tut mir leid, Strohhut. Bitte halte mich auf. Ich weiß nicht, wie viel er will bedeutet, aber die einzige Möglichkeit, ihn aufzuhalten, ist, ihn auszuschalten. Das kann ich unmöglich tun. Er ist ein Freund. Schlag ihn noch einmal und er ist tot. Welch grandioses Ende. Ich habe es dir schon mal gesagt. Die Schwachen können sich nicht mal ihren Tod aussuchen. Dieser Bastard. Wir sind all den Weg gekommen und er kämpft nicht einmal persönlich gegen uns. Ich bin sauer. Ich mache ihn jetzt fertig. Du Idiot. Was ist mit unserem Geheimplan? Ich habe dir gesagt, du sollst dich nicht verärgern lassen. Ich schalte ihn jetzt aus. Ich schalte ihn jetzt aus. Gumm, gumm. Bastard. Warte doch einfach ab. Nee, er wird Lore treffen. Dreht er jetzt völlig durch? Dieser Strohhut ist wirklich interessant. Halt! Ruh! Schambres! Leia! Haaag! Doffy! Hm? Hm. Hm. Radio-Knife Strohhut, du bist wirklich der Schlimmste. Du bist Teil dieser schlimmsten Generation. Das hat wehgetan, stimmt's Bastard? Schau genau hin, wir müssen mehr tun, als nur Oberflächenwunden zuzufügen. Wir können den selben Trick kein zweites Mal anwenden. Noh! Wir können den Trick und laugh. Das ist der Schönste Leben. Untertitelung des ZDF, 2020